Ich berichte von spannenden Orten wie diesen hier, Shibuya, mitten in Tokio, über das, was spannend und wirklich wichtig ist für Händler. Aber natürlich auch direkt von der Börse über aktuelle Kurse, über wichtige Nachrichten und immer wieder natürlich auch wichtige Tipps für Händler. Ein bisschen Off-Topic ist mit dabei, natürlich das Thema Wirtschaft und viele, viele Charts mit konkreten Ideen, wie man handeln kann, allgemeine Tipps, wie man mit dem Chart umgeht, direkt am Rechner oder eben für unterwegs auf dem Handy, damit ihr immer am Puls der Zeit seid. Born for Trading, ich freue mich auf euch!